Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem brandheissen News Video. Der Pirri.ch hat den Strike überkauft von YouTube für das Video. Ich muss sagen, das ist wenig und zu Recht YouTube. Warum? Warum? Alles angefangen hat eigentlich damit, dass er seinen Vlog vom Pfingsten hochgeladen hat. Und wie er die Zahl 69 hatte, hat das YouTube als sexuelle Darstellung angeschaut. Und hatten an dem Pirri.ch einen Strike in den Druck. Ich habe dann auch sehr lange mit ihm darüber diskutiert. Jetzt ist es so, dass er drei Monate lang Pause machen wird. Denn nach drei Monaten sollte der Strike wieder weg sein. Das ist natürlich sehr schade und man muss sich schon fragen, warum macht das YouTube? Warum werden einfach grundlos Kanäle gestriked? Warum? Es ist absolut nicht gerechtfertigt. Darum verbreitet den Hashtag FuiBüchi und teile das Video. Unverbreitet den Hashtag FuiBüchi und ganz liebe Grüße von mir an dir. Du bist ein sehr geschätzter Mensch von mir. Wir stehen ganz klar hinter dir. Quiz Alive wird dir auch alle Unterstützung geben, die wir können. Also unter dem Strich nochmal zusammengefasst. Der BüchiBüchi hat einen Strike kassiert für ein Video, wo die Zahl 69 vorkommt im Vlog. Also verbreitet den Hashtag FuiBüchi und bis zum nächsten Video euer Quiz Alive. Ciao.